Medizin, Prüfungswissen in fünf Minuten. Heute führt uns das magische Prüfungsbuch zum Clusterkopfschmerz. Clusterkopfschmerz in fünf Minuten. Und die Zeit läuft. Der Clusterkopfschmerz gehört zur Gruppe der Trigemino-autonomen Kopfschmerzen, auch TAX gerne abgekürzt. Diese treten attackenartig und einseitig im Bereich des Nervus Trigeminus auf und werden durch autonome, vor allem parasympathische Symptome begleitet. In 85 Prozent der Fälle zeigt sich beim Clusterkopfschmerz ein episodisches Auftreten. Etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung sind betroffen. Männer häufiger als Frauen. Der Erkrankungsbeginn liegt meist zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr. Auffällig, viele Betroffene rauchen. Charakteristisch sind Periodizität, Tagesrhythmus und Frequenz der Attacken. So zeigt sich eine Häufung der Episoden in Frühjahr und Herbst. Im Schnitt kommt es zu einer Episode jährlich, die im Schnitt sechs Wochen dauern. Das freie Intervall zwischen den Episoden dauert im Mittel sechs bis 24 Monate. In 50 Prozent der Fälle beginnt die Schmerzattacke aus dem Schlaf heraus, meist innerhalb von 90 Minuten nach dem Einschlafen. Die Attackendauer beträgt unbehandelt 15 bis 180 Minuten. Dabei können bis zu acht Attacken pro Tag auftreten. Wie zeigen sich diese Attacken? Unvermittelt einsetzende stärkste periorbitale Schmerzen, die als bohrend, brennend und vernichtend beschrieben werden. Als begleitende autonome Symptome zeigen sich auf der Schmerzseite eine Augenrötung, eine Lidschwellung, Tränenfluss, Nasenlaufen bei verstopfter Nase, Schwitzen sowie eine Gesichtsröte. Dazu können sich Übelkeit und eine Pradekadie gesellen. Selten zeigt sich eine visuelle Aura. Während die genannten Symptome vor allem für eine parasympathische Überaktivität sprechen, zeugen ein hängendes Lied und eine Pupillenverengung von einer Sympathikus-Unterfunktion, die gleichzeitig zu beobachten ist. Die Betroffenen zeigen im Gegensatz zu Migränepatienten eine ausgeprägte Bewegungsunruhe. Trigger sind nur während der Clusterperiode wirksam. Als solche gelten unter anderem Alkohol, Histamin und Nitroglycerin. Die Diagnose wird anhand der klinischen Symptomatik gestellt. Therapeutisch kommen akut Sauerstoffinhalationen mittels Gesichtsmaske, Triptane und Lidukain-Lösungen zum Einsatz. Ferner werden aber auch Calcium-Antagonisten, Glucocorticoid-Stoßtherapien und Lithium eingesetzt. Experimentell kommen Substanzen wie Capsaicin und Xylokain zur Anwendung. Greifen diese Optionen nicht, so finden Nervenblockaden und Neuromodulatorische Verfahren Anwendung. So kann eine am Ganglion Pterygopalatinum einer parasympathischen Umschaltstelle eingesetzte Elektrode die Parasympathikus-Aktivität hemmen und so die Schmerzattacke positiv beeinflussen. Das wären die wichtigsten Prüfungsfakten. Um das aber alles besser zu verstehen, nur noch ein Blick in die Pathophysiologie. Es stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt. Ein Trigeminus-autonomer Reflex und zweitens eine als zentraler Motor fungierende Dysregulation des Hypothalamus. Zur Erklärung. Der nozizeptive Einstrom des Nervus Trigeminus, der ja unter anderem auch die Gefäße im Kopfbereich innerviert, gelangt zum Hirnstamm. Dort, und das ist nun sehr wichtig für das Verständnis, kommt es durch den Trigeminus-Einstrom zu einer Mitaktivierung des parasympathischen oberen Speichelkerns, Nucleus Salibatorius Superior. Dieser gibt seine parasympathischen Fasern nun in die Peripherie. Dort müssen sie einmal umschalten auf ein zweites Neuron. Und das liegt in einem Nervenknoten, dem Ganglion Pterygopalatinum. Von dort aus geht es dann weiter zu den Zielorganen, den ganzen Drüsen, aber vor allem auch zu den Hirngefäßen. Eine Überstimulation dieser parasympathischen Fasern führt zu einer Aktivierung dieser Symptome, die wir beschrieben haben, aber es führt vor allem auch zu einer Weitstellung von den Hirngefäßen. An diesen geweiteten Hirngefäßen können botenstoffvermittelt Entzündungsprozesse initiiert werden. Die nun stark stimulierten Trigeminus-Fasern ziehen zum Hirnstamm und schließen den Trigeminus-autonomen Reflexbogen. Doch bleibt die Frage, wodurch dieser Reflexbogen in eine Überaktivität versetzt wird. Okay, ich bin schon fast fertig, fast fertig. Der Hypothalamus ist funktionell mit den Strukturen des Trigeminus-autonomen Reflexbogens verbunden und nimmt hier eine wichtige modulierende, das heißt auch hemmende Funktion ein. Eine Dysfunktion des Hypothalamus kann gleichsam als Motor den Reflexbogen anwerfen und eine Attackenentstehung initiieren oder zumindest begünstigen. Alles Wichtige ist gesagt. Nicht weggehen, es gibt noch inhaltlich eine spannende Info zum Clip. Wir konnten bei diesem Clip wundervoll sehen, dass wir zwei Bereiche haben. Einmal die Fakten, die in der Prüfung abgefragt werden und einmal das pathophysiologische Hintergrundwissen, das das Ganze erst verständlich macht. Also in unserem Beispiel beim Cluster Kopfschmerzgrade war es der Hypothalamus als das zentrale pathophysiologische Moment. Denn für den Hypothalamus spricht die Periodizität der Ereignisse, der Tagesrhythmus der Schmerzattacken, der Schlafbezug der Schmerzen, aber auch die Verschiebung der Hormone, wie sie bei den Patienten sehr oft zu sehen sind. Alles das verweist auf eine Fehlfunktion des Hypothalamus. Und das erst macht dann die ganzen Symptome verständlich. Und so wollen wir es beim Lernen der Medizin halten. Möglichst viel verstehen. Und mehr davon unten in dem Text. Die Links dazu. Ein bisschen Werbung muss schon sein.